Stell dir jetzt einmal vor, du stehst vor einem Tisch und der ist reichhaltig gedeckt. Mit Dingen, all das ist da drauf zu finden, was du dir vorstellen kannst. Wirklich alles ist da drauf zu finden. Und du stehst da jetzt vor und stellst dir die Frage, was schmeckt mir davon? Was schmeckt dir davon nicht? Würdest du dir auch Sachen auf deinen Teller legen, was du nicht magst, was dir nicht schmeckt? Wo andere dann sagen, das schmeckt aber super, das ist lecker, das musst du probieren. Okay, sagst du dir vielleicht, eventuell oder was auch immer. Aber es geht darum, herauszufinden, was dir schmeckt und was dir nicht schmeckt. Und genauso musst du dann das Leben, in das Leben, was du lebst, implizieren. Du musst dir immer wieder die Frage stellen, was schmeckt dir davon? Und wenn du das nicht machst, wenn du dir einfach nur sagst, ist doch egal, was mir davon schmeckt und was mir davon nicht schmeckt. Und du gehst mit deiner Zeit genauso um, wie mit diesem Beispiel. Dann ist es kein Wunder, dass du den Geschmack niemals treffen wirst. Und das ist etwas, führ dir das mal vor Augen. Sag dir, ich habe da jetzt ein Beispiel, wie ich das verstehen darf. Und genau darauf kommt es an, dass du dir auch sagst, ich muss da was dran ändern. Weil wenn du immer das in dich hineinfrisst, was dir nicht schmeckt, gehst du darin nicht auf. Und genau das ist das, wo es wirklich drauf ankommt. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann.